Hallo liebe Menschen, es ist ein neuer Tag für mich. Also eigentlich sind mehrere Tage verstrichen. Und ich wollte jetzt mal weiterspielen mit Tee. Lecker Tee. Mhh, ist der lecker. Diese leckere Tasse. So, ich hab wieder am Sound rumgeschraubt. Ich hoffe diesmal ist es besser. Jetzt wollen wir weiter gucken. Ich hatte als letztes den Hammer. Und wollte jetzt die Tür da unten einschlagen. Geht ja nicht. Dass die Leute sich da Sachen bauen. Und mich nicht reinlassen wollen. Oh hier, Make-up Fleck. So. Ich bin auch mal gespannt, was sich da verbirgt. Andererseits hatte ich ja erst sieben von diesen 15 Teilen, die ich finden soll. Ich weiß nicht, wo die sich verbirgen. Und ich träume mich auch immer noch nicht ins Wasser. Das ist auch noch nicht besser geworden. Das verrate ich euch vorher schon mal. Okay. Es sieht alles gut aus. Die Sonne scheint. Mhh. Da ist das. Wieder völlig die Orientierung verloren. Ach, rein theoretisch muss ich ja nur diesem Kabel folgen. War das nicht so? Das war ja meine eigentliche Aufgabe. Ach, da sehe ich das ja sogar mit der Zielführung. Ach, da hinten. Danke. Wo ist denn das Ziel jetzt hin? Hm, naja. Habe ich den Hammer auch überhaupt? Ja. Oh, wie fancy. Da sind richtig Zeichen drauf. Aber tapfer das, ne? Lieber den Leuchtkristall jetzt mal, bis wir hier unten sind. Ach, aber das ist super schön dunkel unten, ne? Gleich die Musik wieder dramatischer. Jetzt gehe ich wieder hoch. So, erstmal speichern, ne? Sicher ist sicher. Habe ich den nicht gespeichert? Wollen wir doch mal gucken. Vier Schläge übrig, aber wo denn? Ach, die nehme ich jetzt aber ganz genau, in welcher Reihenfolge man das machen soll. Oh, da ist noch ein Skelett drunter. Wie aufbauend. Ach, du je. Das Wasser haben wir durchgekriegt. Meilenstein. Momente des Lichts. Noch einer. Höhle der Schwingung. Schwingung. Mhm. So, so. Tür. Sieht wie Eis aus. Da geht's weiter. Aber dann lesen wir doch erstmal hier, was hier steht. Höhle der Schwingung 1. Ich, Utuku, sah den großen Adasum, ritt links auf dem Land stehen, als wäre es ein Pferd. Er sprach zum Wind und der Wind sprach zurück. Er wieder versetzte die Berge. Und Moment des Lichts. Und Moment des Lichts. Und Moment des Lichts. Ich, Utuku, sah Adasum, wie er den Blitz in seine Handfläche nahm. Ein Fluss von Energie ergoss sich aus seinen Fingern und flutete über das Land. Ach, hier ist das aber sehr dunkel. Ach, du je, ist das dunkel. Ich verstehe da nicht, wie viele 18 Meter sind das denn. Null Toapteile und 10 Geheimnisse übrig. Ja gut. Wieder nichts gefunden. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab doch einige Sachen gefunden. Was kann man denn noch finden? Ich verstehe das nicht. An dieser Stelle erwähne ich mal, aus Super Games TV Tassen schmeckt alles viel besser. Okay, er speichert. Es ist immer noch sehr dunkel. Ich soll dem Kabel weiter folgen. Aber ich habe Angst, denn es ist sehr dunkel. Oh, kann ich vielleicht meine Fackel hinfallen lassen? Dann nehme ich dieses Ding hier. Zünde das einmal. Ich bin so klug. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Mir hat da auch noch jemand den Tipp gegeben, dass noch was lag, da wo ich den Schwamm gefunden habe. Aber ich weiß absolut nicht mehr, wo ich den Schwamm gefunden habe. Ach, und den Tipp, dass die eine Fackel so viel länger hält, weil die mit Öl war. Das hätte ich auch gar nicht realisiert, dass ich das gemacht habe. Meilenstein 1 von 3, Gang der Dunkelheit. Na, jippie! Heureka! Richtig schön. Und es rödelt auch überhaupt nicht gruselig hierherum. Worship tabulate. Dreimal Artefakte, ein Relikt des Tages, Nacht, Nahrung, Wasser und Lebens. Dass die Dinger sich dann zwischendurch finden können, um mich zu verbessern. Das ist jetzt aber ganz schön hell dafür, dass es Dunkelheit ist, ne? Du, was tun wir noch nicht wieder? Mal gucken, dass mich nicht irgendwie wieder was töten will zwischendrin. Okay, okay, okay. Komm mal, das sieht aus wie die Quade, die man sonst hätte verschieben können, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht hätte ich da auch andere einfach umrödeln sollen. Okay, wenn ich dagegen laufe, schiebe ich die einfach. So simpel dann doch. Vielleicht komme ich da einfach wieder raus. Bin quasi auf der anderen Seite von diesem Gang. Okay, jetzt geht er nicht mehr weiter. Aber ne, da waren ja keine Kabel, ne? Da sieht's aus wie draußen. Steintour kann geöffnet werden, kann Dinge anhalten. Nahrung. Aber uns geht's gut. Wir haben, glaube ich, auch noch einen für unterwegs. Fahre, nehme ich an. Wird ich hier mit Besteck und... Ach, nicht Besteck, Geschirr und so. Ich dachte, ich müsste hier jetzt rüberspringen, aber da ist ja eine Treppe zum Glück. Die sind alle verschieden hoch, oder? Die kann ich wohl auch schieben. Okay. Ich will vielleicht eine Art Treppe machen, um da rüber zu kommen. Ach, von oben sah es aus, als ob ich da einfach durch könnte. Okay. Nehmen wir an, das hier ist der Größte. Ich finde, der sieht am Größten aus, oder? Der ist sehr klein. Der ist etwas höher. Hoch. Und dann kann. Und dann kann. Muss ich doch darüber springen, aber das wird so weit. Ich bin sehr klein. Tapi eigentlich wird aber das größte... ... sehr ja so sein. Und da sehe ich noch so ein Fensterchen. Vielleicht muss ich echt nur da hinkommen. Da ist der Kleine, ne? Da komme ich gar nicht hin, weil ich da gar nicht hinschieben kann. Das ist auf jeden Fall der Nächste dann. Der Thomas hustet hier einfach rum. So weit kann man doch nicht springen. Gibt es hier vielleicht irgendwas? Nee. Ich kann einfach so ein bisschen hüpfen. Das sieht immer so schlecht, wie weit man drin gekommen ist. Wenn ich so seitlich kann ich zum Beispiel nicht schieben und rückwärts auch nicht. Okay, vielleicht weil ich hier gegen die Ecke gekommen bin. Nein, nein, nein. Nicht so weit. Man kann doch seitwärts schieben. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Ich schiebe erstmal bis hier. Den schiebe ich da hin. Nicht so weit kann man doch nicht springen. Na, ich müsste ja dann von hier... Nee. Das klappt nicht. Nicht so weit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das ist einfach da, dass man die vielleicht nicht zu sehr an den Rand schieben kann, damit man sich nichts verbaut Das schließt ja, das schließt ja erstaunlich schön ab Hätte man davon was, jeden in irgendeine Ecke zu schieben Befehl und langsam, 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 andächtig Dun dunn, 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 Schlingert ganz schön, ne? So, mal gucken. Ja, hier ran konnte ich den jetzt schon gar nicht schieben. Wie war noch mal, wie bückt man sich noch mal, oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Das war das einzige Fenster, ne? Ja, ich hab ja mehrmals geguckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich schreck mich doch nicht so, du bist geriert. Geheime Höhlen sind für erfahrene Forscher gedacht. Okay. Dann ist das jetzt also gar nicht der richtige Weg, sondern jetzt ein Umweg. Aber ich weiß halt echt nicht, wie ich da hätte rüberkommen sollen. Also, ich weiß nicht, wie ich da hätte rüberkommen sollen. Also, ich weiß nicht, wie ich da hätte rüberkommen sollen. Ich weiß nicht, wie ich da hätte rüberkommen sollen.